Ich habe hier noch ein Video und zwar, es geht um die ganzen Minecraft-Projekte, die es damals gegeben hat. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise und gucken uns mal an, wo wir alle damals angefangen haben und woher wir alle kommen. Es ist sehr, sehr interessant. Wir gehen jetzt mal zurück. Nostalgie-Brille rein. Legt es euch auf. Auf geht's, Chat. Let's go. Viele haben es sich gewünscht und diesen Wünschen gehe ich selbstverständlich auch nach. In diesem Video reden wir also über die verschiedenen Minecraft-Projekte der deutschen YouTube-Szene. Vorneweg möchte ich aber klarstellen, ich rede hier nicht über jedes kleine Projekt wie Freedom, Minecraft-Neuland oder Minecraft-Reset oder wie die alle heißen. Das sind aber auch sehr nice Projekte. Keine Frage. Wo ist Minecraft-Clash? Hier geht es aber um diese großen Projekte wie Waro, Hero oder viele andere Projekte, die aus irgendeinem Grund mit Ro enden. Wenn ich aber auch mal über diese kleinen Projekte reden soll, zum Beispiel Minecraft-Freedom, sagt mir gerne Bescheid. Jetzt fangen wir aber an. Hero, Hexit, Roleplay. Waro, Vanilla, Roleplay. Deshalb war das eher O am Ende. Wissen die wenigsten. Beginnen natürlich dort, wo alles angefangen hat. Bei Megaprojekten. Das Projekt basierte auf dem Feed the Beast Light Mod Pack und startete am 12.05.2013. Das sind bald elf Jahre. Was zur Hölle. Begon worden mit acht Teilnehmern, wovon drei nicht mal mehr aktiv auf YouTube sind. Die Teilnehmer zu Beginn waren wie folgt. Ungespielt mit Dehner, aka Felix von der Laden, Domme, LP mit Kev, The Prime Games, besser bekannt als Justin. Wie gruselig der aussieht, what the fuck, Alter. Concrafter, aka Laser Luca. Nie mal aufhören, sich alle umzubenennen. Und Sironic. Es sollte aber nicht lange dauern, bis bald weitere Spieler dem Projekt beitreten. Und zwar wird es ab jetzt ziemlich komisch. Später sind folgende YouTuber dem Projekt hinzugestoßen. Und zwar... Ich bin... Komisch wurde es. Sparger Phoenix, MC Expert, RewindMeLP, RewindMeLP, war das damals mein... Das war doch nicht mein Skin. Bro, der Skin ist falsch. Hä? Das ist nicht mein Skin. Aka Ravenside, Riola, Broken Thumbs TV, welche sich mittlerweile getrennt haben und zwei eigene Kanäle haben, Skate, welcher mittlerweile ein Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie ist, what the fuck, Rotpilz, Let's Play Your Game, Sipst und Demitor, Wenigkraft und Einsamer Tod. Damals besser bekannt als Mojang Minecrafter oder später Lama. Wenn ich so in die Zeiten des Megaprojekts zurückschaue, merke ich erstmal, dass ich alt werde. Und zweitens, wie unbeschwert dieses Projekt war. Es war halt einfach eine Truppe an Traitern, die Bock auf ein Minecraft-Projekt hatten. Und dann gab es noch Broken Thumbs. Die waren nicht so beliebt. Oh Mann, diese Zeit damals, ne? Ich vermiss das, Chat. Ich vermiss das wirklich. Genau genommen wurden die von einigen Zuschauern regelrecht gehasst. Es gab damals sogar eine Facebook-Seite und... LOL. Und eine Petition... Nein. Die für den Rausschmiss von Broken Thumbs TV aus dem Megaprojekt waren. Was zur Hölle. Irgendwann ist der Hass aber ein bisschen umgeschwungen, da... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. ...Dena, der superliebe King-Jonge-Dena, einfach einen Nuke gezündet hat und ein riesiges Loch in die Map sprengte. Und dann abgehauen ist. Die Bauten waren jetzt zwar keine Meisterwerke, aber auch nicht schrecklich. Merkt euch aber einfach mal das Baumhaus von Unge. Nur so natürlich. Ich denke, hat Unge nicht in jedem Projekt ein Baumhaus irgendwann gebaut? Am 24.12.2013 endete das Megaprojekt. Aber es gab eine Nachfolge. Und zwar startete am 19. Oktober 2013... Hero, oder? ...also im selben Jahr, das nächste Projekt namens Hero. Mega Hero war so fucking goated. Es basierte, im Gegensatz zu dem Megaprojekt, auf dem Hexit-Modpack und hat einen gewissen Roleplay-Faktor. Der Name selbst bildet sich zum Beispiel auch aus dem Hexit-Roleplay zusammen. Das Projekt war für viele ein Highlight. Es brachte nämlich im Gegensatz zum Megaprojekt auch ein paar Regeln mit sich. Zum Beispiel wurden die Folgen auf 20 Minuten... Das war doch so, wenn man stirbt. Wenn man stirbt, dann durfte man nicht hochladen. ...begrenzt und auch nur auf eine Folge pro Tag. Was darauf hinaus lief, dass es niemanden gab, der einfach random bis dreifache an Folgen hochgeladen hat. Ich hau' auf dich, Spark of Phoenix. Spark of Phoenix war ein Megaprojekt, wirklich alles gerippt, alles durchgespielt. Weil der wirklich so 350 Folgen gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Außerdem wurde man bestraft, wenn man gestorben ist. Das hat dem Ganzen so einen kleinen Nervenkitzel gegeben. Das erklärt euch aber, um genau zu sein, das Ungeheuer. Wenn man stirbt, muss man an dem Tag... Katie Cake, ist das krass, Chat. ...an dem man die Todesfolge hochgeladen hat, den darauffolgenden Tag aussetzen. Das ist dann sozusagen Aussetzer. Aber wenn man stirbt und man wird wiederbelebt, kann man einfach an dem Tag weiterspielen, weiter aufnehmen. Wenn man stirbt und man wird nicht wiederbelebt, ist man zwölf Stunden lang vom Server ausgeschlossen. Und man kann einmal wiederbelebt werden. Einmal pro Tag kann man wiederbelebt werden. Das heißt, wenn man zweimal stirbt, ist man raus. Die Spiele an dem Projekt wurden in drei Städte eingeteilt. Oh, Chat. Wahnsinn. Wobei es irgendwann noch eine vierte gab. Und der Grabstein musste auf den Friedhof, genau. Mit sehr weirden Kandidaten. Die vierte Stadt ist die beste Stadt gewesen. Fucking, das war ich. Städte waren also. Stadt Gelb mit Debitor, Porkchop Media, Dead Sheep, Zander und Schaffel. Dann gab es noch Stadt Blau mit Con Crafter, aka Laser Luca, AP mit Kev, Kedos, Zombay, nicht Zombie, Broken Thumbs, Revi und Cironics. Da war ich ja, ja. Dann gab es noch Stadt Rot, meine Lieblingsstadt umgenauung. Oh man, Stadt Rot war von allen die faithful Stadt. Ich wollte unbedingt in Stadt Rot. Und die bestanden aus Stegi, Dena, Gomme, Taddle, MC Expert, Rotpilz und Unge. Für Stadt Rot gab es sogar ein eigenes Lied von Taddle. Und das ist ehrlich ein Banger. Hört es euch an. Irgendwann entstand aber die besagte vierte Stadt wie ein Geschwür. Was für Geschwür, Digga, das war das Beste, was wir machen konnten. Rede nicht so schlecht, rede nicht so. So zogen Broken Farms, Revi, Zander und Schaffel in die Stadt Pink. Wie es aber so ist, wenn es verschiedene Städte mit eigenen Interessen gibt, gibt es natürlich auch Stress. Und zwar einiges an Stress. Es gab Krieg, Intrigen, Morde und Diebstähle. Oh und natürlich hatte Unge wieder ein Baumhaus. Meine Highlights des Projekts waren hierbei aber der Track von Taddle, die Chocobo-Farm von Zombay, fragt mich nicht wieso, und vor allem das ganze Thema um den Untergrund. Dieser wurde von Unge gegründet und wurde von Zeit zu Zeit immer größer. Der wirklich damals Fitner-Craft. Untergrund geht niemals unter. Das ist einfach die Sache. Denn der Untergrund ist ja schon im Untergrund. Ist ja logisch, oder? So ein Stand nämlich nicht nur zwischen den Städten, sondern teilweise in den eigenen Gruppen ein Krieg. Das war Spannung pur zu der Zeit. Kommen wir aber als nächstes zu einem klassischen Minecraft-Projekt, wo das Ziel hauptsächlich das Bauen ist. Dieses Projekt läuft sogar bis heute. Ich bin dumm. Craft Attack goaded, let's go! Und ist mit Abstand das erfolgreichste von allen. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon erraten haben. Ich spreche natürlich von Craft Attack. Seit Februar 2014 gibt es diese Projektreihe schon und erfreut Jahr für Jahr eine neue Generation an Streamern, YouTubern und Zuschauer. Damals gegründet worden von Petrit, Broken Sums, Kunga, Jens, Zander, Earlyboy und mir, glaube ich. Ich glaube, wir sieben waren diejenigen, ja, glaube ich schon. Nach der vierten Staffel war es nicht mehr dasselbe. Ja, jetzt sind wir zu viele Leute. Ich sage es jedes Jahr, wir sind zu viele Leute. Die Liste der Teilnehmer über die Staffeln ist aber viel zu lang, als ich diese hier vorlesen könnte. Ich könnte ein ganzes... Äh, dachte Spark hat das gegründet, warst du nicht immer nur seine Bitch? Ne, ne, Spark hat nichts gegründet. ...ein ganzes Video nur mit diesem Projektfilm. Soll ich? Dafür findet ihr... Ja, mach mal ein Craft Attack Video, Bro. Big one, big win. ...aber eine Liste mit den bisherigen Teilnehmern der letzten Staffeln in der Infobeschreibung. Dieses Projekt hat Streamern teilweise den Hype der Karriere geschaffen, wie kaum ein anderes. Beispielsweise sind Hugo und Noriax geisteskrank durch die Decke gegangen. Beide jetzt undankbar und keiner meldet sich mehr, einfach nur noch schade. Nein, Spaß, mit Noriax schon, aber über den Linken reden wir nicht erst mal in Ob. Halt deine Fresse. Oh mein Gott, Noriax ist sogar im Chat. Ja, ich wusste es, wie geil. Ich habe doch gerade nochmal... Ich habe berichtigt, Marcel, ich habe berichtigt. Ich habe berichtigt. Größer Supporter. Größer Supporter würde ich nicht sagen. Mal bist du da, mal nicht. Sagen wir so, okay? Aus der deutschen Streaming-Kultur fast gar nicht mehr wegdenken. Ja, Hugo kann mal wegdenken. Wenn ich mich mal intensiv mit der Geschichte von Craft Attack beschäftigen soll, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und nun kommen wir wieder zu einem weiteren klassischen Projekt, welches seit 2017 auf einen Nachfolger wartet und wahrscheinlich nie wirklich bekommen wird. Die Rede ist hierbei natürlich von Waro. Waro steht offiziell für Vanilla Roleplay. Aber ich wüsste nicht, wie man es machen soll. Es ist so... Es hat irgendwie... Irgendwie ist es... Es ist schade, dass es nicht mehr wiederkommt. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es das nicht mehr gibt, wisst ihr? Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie ist dieses Kapitel geschlossen, so. Checkt ihr? Mit der Info, was ihr wollt. Das Projekt... Das würde auch heute nicht mehr... Es würde... Waro unmöglich mit wichtiger Hugo und mir. Ja, ihr könnt nicht mitspielen. Straight, das bringt gar nichts. Auch ein Basti und sowas. Das ist zu viel Geschwitze. Das bringt nichts mehr. Aber eigentlich ziemlich simpel. Es handelt sich nämlich eigentlich nur um eine riesige Survival Games-Runde. Es ist... Oh, Digga. Auf dieser Map wurde ich zum Mann. Es ist basically ein Battle Royale. Ja, for real. Ich hatte an... Hier, hier. Bei dem war mein erstes Mal. ... dabei gewesen. Und dabei geht es natürlich um Leben und Tod. Wer stirbt, ist raus. Ganz einfach. Und aus einem einfachen Konzept ist aber so ein spannendes Projekt geworden, dass ich mir heute noch manchmal die alten Staffeln anschaue und mitfieber. In dem Projekt war so ziemlich jeder namhafte YouTuber zu der Zeit vertreten. Egal ob Minecrafter oder nicht. Ich könnte wetten, dass dieses Projekt heutzutage einen noch größeren Hype hätte als damals. Es wäre aber auch gut möglich, dass ein Projekt in dieser Form nicht mehr wirklich funktionieren würde. Es würde funktionieren, aber es wäre nicht mehr dasselbe und es ist zu unausgeglichen. Wichtiger Bestandteil... Wird irgendwann nochmal Varro kommen? Ich glaube, das Ding ist durch, sage ich ehrlich. Man könnte es anders nennen oder sowas, aber... Irgendwie ist das so der heilige Graal. Da traut man sich nicht dran. Wisst ihr, was ich meine? Wachen aber die Songs von Lukas... Nächstes Eliturno hier abwarten. Es wird nicht dasselbe sein. Ich werde mitspielen auf jeden Fall, aber es wird nicht das gleiche sein, sage ich ehrlich. Der Rapper. Die darf man nicht... Joti Würde. Fände ich geil, aber es wird nicht das sein, wisst ihr? Nicht vergessen. Denn passt auf, wenn der Gommemode angeht. Wenn Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Da ich nicht weiß, wie hier mit Spoilern umgegangen wird, bleibe ich mit den genaueren Informationen, aber mal zurück. Wenn ihr wissen wollt... Haluten stirbt in Folge 3. ...wer gewinnt oder nicht, das findet ihr eigentlich alle im Internet. Suro. Suro wäre geil, no joke. Gleich ein Jahr, wie die erste Staffel Varro, kam ein Skyblock-Projekt daher. Und zwar auch... Ich könnte eigentlich auch nochmal ein Minecraft-Projekt launchen, oder? Sowas Neues, Chat. Sage ich euch ehrlich. Hätte ich auch mal Bock drauf. Aura. Das ist kein Wortspiel, sondern Aura ist halt basically einfach Luft. Das Konzept... Ich hätte mal Bock auf ein Skybase-Modpack mit der Fitna-Kraft-Truppe und Noriaks. So, jetzt ist es raus. Habe ich Bock drauf? Fände ich geil, wenn wir das zum Herbst hin machen würden. Zapp war genauso wie bei Varro relativ simpel. Die haben jetzt nicht... Ohne Hugo. Habe ich Hugo jetzt gerade genannt? ...das Spiel neu entdeckt. Alle Spieler starteten zur gleichen Zeit auf einer Insel in der Luft, quasi Skyblock. Alle Ressourcen und Items danach werden nach und nach hergestellt. Da die Ressourcen aber sehr beschränkt sind, muss man auch sehr kreativ werden. Beispielsweise durch Angeln, Mob-Drops oder auch durch gelegentliche Events. Sofern... Ah ja, Chat, ich habe einen fetten Call. Wollt ihr was Krasses hören? Wollt ihr was richtig Krasses hören, Chat? Wollt ihr was Ultra-Heftiges hören? Das nächste Projekt ist gar nicht so weit weg. Wollt ihr es wissen? Okay, passt auf. Noriaks. Marcel, was machst du morgen? Morgen Abend. Sag jetzt, Marcel. Ich will es euch nicht zeigen, aber ich sage es euch. Ne, 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 Marcel. Sag, was du morgen machst. Hast du Zeit oder nicht? Sonst mache ich es mit wem anders. Okay, Chat. Wir werden morgen seit langer Zeit nochmal ein verdammtes Community-Projekt launchen. Wir werden nochmal den Community-Server reaktivieren. Ich gucke, dass bis morgen alles steht. Wir haben schon ein Konzept. Eine Map steht und wird ungefähr zwei Stunden gehen. Morgen Abend gehen wir nochmal rein ins Community-Event. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Kann jeder drauf? Ich würde fast schon wieder sagen, Sub-Exclusive oder Chat? Ganz klares Ding. Out of nowhere droppe ich das jetzt einfach. Out of nowhere. Und es wird eines der Videos sein, die... Also eines der Events sein, die ihr alle lebt. Ich habe eine geile Idee. Und ich denke mal, das kriegen wir bis morgen alles gewuppt, okay? Dann nehmen wir drauf Server. 600 Leute sind es. Aber ja, morgen Abend 20 Uhr. Na, morgen Abend 19 Uhr. So, morgen Abend 19 Uhr. Let's go. ...wanden hin und wieder PvP-Events statt, wo es darum ging, als Letzter auf der Plattform zu stehen. Der Gewinner erhielt dann ein von den Zuschauern gewähltes Item plus ein Item seiner Wahl. Die Teilnehmer waren zum Glück überschaubar. Dabei waren Ardi, Dehner, Delay, GLP, Gomme, Herr Bergmann, Izzy, Take it Izzy, Taddle, Maudado, Mr. Morgame, Justin, AKPixelwolf, AKSprimeFX und so weiter. Unge und Zobbe. Und wer hätte es gedacht? Unge hatte mal wieder ein Baum. Am 1.11.2014 endete das Projekt. Es wurde aber auf dem GOMA-HD-Show mit seinem eigenen Spielmodus verewigt. Ich hab den damals echt gern gespielt. Kein Spaß. Ungefähr zur gleichen Zeit lief auch ein anderes Projekt an, wo viele andere... Boah, ja, ja, ja. Hierbei handelt es sich um Minecraft Galaxy. Digga, Commander Krieger war dabei. Ich fass es nicht. Hierbei handelt es sich um das Attack of the BT Mod Pack. Hast du noch Kontakt mit Mr. Morgame? Ähm, nee, aber könnte man ja wieder aufbauen. ... interessanten Mods darin. Es gab von Waffen über Technik bis hin zu Drachen wirklich alles. Eine Figur aus diesem Projekt kennen sicherlich sehr viele von euch. Nämlich... Das ist das Projekt von Evive gewesen damals. Ich wurde in diesem Projekt Edgar geboren. Um genau zu sein in der Folge 57 von Paluten. Falls ihr euch also immer mal gefragt habt, wo Edgar entstanden ist, bitte sehr. Und aus irgendeinem Grund... Was ist das hier? Minecraft Galaxy! Hier ist es, hier ist es. Mal gefragt habt, wo Edgar entstanden ist, bitte sehr. Und aus irgendeinem Grund war Commander Krieger mit dabei. Nächstes starten wir wieder in eines der prägendsten Projekte für einige YouTuber. Und besonders für Herr Bergmann kam das Projekt sehr gelegen. Es handelt sich nämlich um Minecraft Leben. Ein Survival-Projekt, welches am 20.01.2015 startete. Hier gab es also wieder einige YouTuber, welche mal mehr und mal weniger aktiv waren. Die mussten aber auch nicht aktiv sein, weil das war das Konzept von Minecraft Leben. Einfach frei sein und spielen, wenn man Bock hat. Am spannendsten war für mich und wahrscheinlich auch für viele andere die Sicht von Herr Bergmann. Dieser hat meiner Meinung nach das Projekt erst zu dem gemacht, was es am Ende eigentlich war. Einfach schiebende Rollcats. Arbex, danke schön. Aber nur Kirsch ist piek gewesen. No joke. In Leben waren gefühlt 300 Leute. Ja, ist wie bei Craft Attack mittlerweile. Digga, kann man Craft Attack wieder auf drei Leute runter? Also kann man Craft Attack crawlen und rauswerfen? Geht nicht, ne? Geht nicht. Ich habe zu viel Kacke reingewotet, ne? Die hatten mir nichts gebracht. Undankbaren Müll. Aspekte eingeführt und bis zum bitteren Ende durchgezogen. In diesem Projekt gab es aber auch nicht nur Creator, sondern auch Zuschauer hatten die Möglichkeit, dem Projekt beizutreten. Ein offizielles Ende hatte Minecraft Leben zwar nie, aber ich persönlich sehe das letzte Video von Herr Bergmann definitiv als Abschluss des Projektes an. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, war Minecraft Leben eigentlich wie Craft Attack. Naja. Mhm. Ja. Ja. Und dann gab es noch die Fortsetzung von Bergmann selbst. Desperado. Nein, nicht Desperado ist das Getränk. Sondern das Projekt, welches 2015 startete. Ich spiele, wie der Name vermuten lässt, im Wilden Westen und setze hauptsächlich auf Roleplay. Hierzu will ich gar nicht so viel sagen, sondern euch die Videos von Bergy einfach ans Herz legen. Heute stelle ich das... Ja, Desperado war wirklich cool. Das ist gerne an, das ganze Projekt von ihm ist in der Infobox verlinkt. Die Teilnehmer waren aber genauso interessant wie überschaubar. Zu Beginn waren es also D-LayLP, GLP, Kedos, Nexotec, Safirian, Selbstgespräch aka Selfie, Sergeant Max, Takaichi und ein paar kamen später sogar noch hinzu. Für dieses Projekt konnte man sich sogar als kleiner Streamer und Co. bewerben. Sehr viel Liebe geht an dieses Projekt raus. Ich habe es sehr genossen. Zwar nicht so in Erinnerung geblieben wie andere Projekte, aber dennoch erwähnenswert ist Minecraft Mark. Oh mein Gott, Minecraft Mark. Digga, man musste ja mal einen Eisengolem bauen, ich weiß noch. Dabei handelt es sich mal wieder um ein technikbasiertes Modpack. Der Name Mark, habe ich eben erst rausgefunden, steht für... Machen alles richtig cool. Machen alles richtig cool. Machen alles richtig cool. Das war von denen und mir, Digga, wir hatten keine Idee. Okay, hier wurden wieder die Aufnahmezeiten begrenzt, damit niemand komplett übertreibt und einfach nach dem ersten Tag schon alles fertig hat. Das wäre auch ziemlich langweilig. Außerdem gab es die, nennen wir es interessante Regel, dass jeder Spieler einmal pro Woche einen Eisengolem, also Mark, spawnen musste. Ja richtig so, hä? Ist doch straight. Ebenso war ein Spawn von Mark Pflicht, sobald man gestorben ist. Ja, ja. Die Teilnehmerliste war wieder überschaubar, aber keinesfalls schlecht. Ich persönlich hatte nur nie wirklich einen Kontakt mit dem Projekt, vielleicht taue ich mal wieder rein. Kommen wir aber als nächstes zu einem weiteren Skyblock-Projekt, und zwar Minecraft Sky. Oh, auch geil gewesen. Dieses startete im Februar 2017 und war ähnlich wie Aura, wie bereits gesagt, ein Skyblock-Projekt. Der Twist ist aber, dass es diesmal Mods gibt, wie gefühlt in jedem zweiten Minecraft-Projekt. Dafür wurde sogar ein eigenes Modpack kreiert, welches ihr gerade im Bild durchlaufen seht. Möglich viel zu sagen, gibt es zu dem Projekt aber leider nicht. Und deswegen kommen wir direkt zum nächsten Projekt. Das nächste Projekt war nämlich der indirekte Nachfolger von Hero, und zwar Nero. Was war Nero nochmal? Das war das mit diesen anderen Städten und diesen anderen Orbs und sowas, ne? Minecraft Clash fehlt, by the way. Minecraft Clash, ahnt ihr noch Minecraft Clash-Chat? Das war auch sehr, sehr nice. Das habe ich auch vollgefühlt mit den Waffen, das. Minecraft Clash war richtig geil zum Vorproduzieren. In so Zweierteams könnte man das nochmal voll geil machen. Hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Minecraft Clash war, warte mal, das war auch geil. Das war richtig, richtig gut. Das hat richtig Bock gemacht, dieses Waffenprojekt und sowas. Das war geil, wirklich. Mit den Fitna-Leuten. Oh, Minecraft Clash mit Fitna wäre krass. Jeden Tag für zwei Wochen committed live gehen? Das wäre crazy, man. Behandelt es sich um das Nevermind 2 bei Montpac und die Spieler wurden erneut in verschiedene Städte aufgeteilt. Das war das mit den Waffen nur, ja. 2 zu gut. Das war geil. Wirklich lang lief das Projekt aber leider nicht. Und zwar vom 24.04.2016 bis zum 8.06.2016. Daher gibt es auch nicht wirklich viel dazu zu sagen. Was eigentlich zu mühschrauben ist. Kommen wir nun zum vorletzten Projekt für dieses Video. Nehm dich Pyro... Pyro war weirdchamp, jetzt chillig. Pyro, whatever. Das steht für Pirate Roleplay und ist genau das. Jeder hat seine eigene kleine Insel und nimmt an einem Rollenspiel teil. Es ist halt jeder ein Pirat, okay? Das Projekt hat im Mai 2017 begonnen und ist im Juni quasi schon wieder geendet. Und last but not least ist Zuro. Das ist eines meiner Lieblingsprojekte. Ja, das war cool. Das war no joke. Davon Revival würde ich sagen fühl ich. Die Idee einfach, aber sehr interessant ist. Begonnen hat es im Mai 2019. Es treten 100 Spiele auf einer Map gegeneinander an, aber die müssen sich nicht bekämpfen. Die können ein Team alleine spielen oder sich einfach verstecken. Das finde ich richtig cool. Das hat sich eine unglaubliche Dynamik entwickelt und den einen oder anderen Clip. Ich meine, wer würde da oben eine Kiste mit wirklich sinnvollem Stuff hinmachen? Niemand, oder? Da oben würde niemand coolen Stuff hinmachen. Oh nein, oh nein, Kevin. Einen offiziellen Sieger gab es nach 10 Tagen aber trotzdem. Den werde ich hier aber nicht verraten. Aber wer hat Zuro nochmal gewonnen? Fabo, oder? Hat Fabo nicht Zuro gewonnen? Ich spoil das einfach. Wer war das nochmal? Damit sind wir endlich am Ende angekommen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es so viel... Wer hat Zuro gewonnen? Wenig? Ach, keine Ahnung. Viele dieser Projekte gab, aber von... Hugo? Digger, Mann. Mal zu mal wurden es immer mehr dieser riesigen Projekte auf meiner Liste. Wenn ihr noch weitere Projekte kennt, über die ich mal reden soll, oder irgendein anderes Thema, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Oh, es gibt noch ein Video. Okay, es gab noch mehr deutsche Mannschaft-Fekte. Das letzte Video. Let's go, wir gehen noch eins rein. Die aus irgendeinem Grund gottlos explodiert ist... Zu Recht, weil es gut ist, weil es einfach genau das wieder hochbringt, was wir alle lieben, nämlich Mannschaft-Nostalgie-Gefühle. Mann, wieso ist nicht mehr 2007, ne? Naja, gut, okay. Schade, schade, schade. Mhm, mhm. Naja, okay. Kommt jetzt schon der zweite Teil zu den unzähligen Minecraft-Projekten. Das bereits geplante Video zur Longboard-Tour verschieben wir also erstmal auf wann anders. Okay. Longboard-Tour... Und schieben es woanders hin. Das kommt aber irgendwann. Ich verspreche es euch. You are fake news. Solltet ihr das letzte Video noch nicht geschaut haben, schaut euch das unbedingt noch an. Dort spreche ich noch über viel mehr Projekte von früher, sowie Megaprojekt-Hero-Varo-ETC. Wenn also irgendwas hier in diesem Video fehlt, wird es wahrscheinlich in dem anderen sein. Kommen wir also nun zu weiteren Minecraft-Projekten, die aus irgendeinem Grund nicht im letzten Video gelandet sind. Fangen wir aber bei dem an, was die meisten angefragt haben, und zwar Minecraft Empire. Alter, das Revival davon wäre so cool gewesen, wenn es geklappt hätte. Es wäre so cool gewesen, aber es gab wirklich Leute, und da bin ich immer noch persönlich angepisst, die das wirklich komplett gemimt haben und kaputt gemacht haben. Das funktioniert als Streaming-Projekt überhaupt nicht, als Aufnahmeprojekt wäre es so stark gewesen, wenn es geklappt hätte. Es war wirklich so schön eigentlich. Wir haben uns so viel Mühe gemacht, Spark und so auch, aber es hat einfach nicht geklappt leider. So ein RP-Projekt nochmal aufzusetzen. Ohne, dass Leute cringe dabei sind, so. Keine Ahnung, Digga. Sehr, 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 sehr schade. Hätte ich so gerne gemacht. Ich bin auch immer noch deshalb ein bisschen angepisst. Aber gut, machst du nichts. Zu einer Zeit, als Kofeefe die Nation spaltete und Revi noch ein Schnurrbart trug. Alter, wollt ihr mich verarschen? Digga, was soll das, das sah? Ich bin dumm. Ich sehe, jetzt mal ehrlich, Chat. Ich sehe schon besser aus mittlerweile, oder? Oder? Ja, ich glaube schon, doch. Ist Minecraft Empire aus dem Boden geschossen. Dieses Projekt war der direkte Nachfolger zu Craft Attack 4 und wurde sogar cinematisch eingeleitet. Reine, 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 reine. Gemeinsam können wir das überleben. Gemeinsam schaffen wir das. Oh Gott, ist das unangenehm. Ohne, ist das unangenehm, Digga. Aber guckt mal, wie viel Mühe wir uns gegeben haben. Die Pixelbeest da damals delivert. Die Idee dahinter war auch gar nicht mal so uninteressant, aber das erklärt euch Revi. Och nö, Digga. Wir sind ja bei Craft масermaßen durch dieses kleinen Portal hier gelaufen und erinnern uns quasi an gar nichts mehr. Wir sind jetzt in einer komplett neuen Welt. Haben keine persönliche Bindungen oder Bezüge zueinander. Digga, ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht angucken. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wo wir sind, beziehungsweise wie man irgendetwas herstellt. Genau das ist die Grundstory von Minecraft Empire. Wir erlernen mit der Zeit neue Sachen und entwickeln uns immer weiter. Natürlich kommt da nochmal ein ganster Schwall an Roleplay kriegen oder eventuell anderen Ereignissen. Ist das krass. Ist das krass, Digga. Eerie Insight, Digga. Also, ich, 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 ne. Nehmen wir diesen Projekt waren Basti Zockt, Baloui, Klimm, Dena, Early Boy, Gamers Time, Gomma HD, Mo, Petrit, Revenside, Rotpilz und Zinus. Das Projekt spielte in einer frühen Vergangenheit, weshalb auch alle Teilnehmer halt wie Höhenmännchen gekleidet waren. Die haben teilweise auch geschauspielert wie Höhenmännchen, aber wer bin ich, um das schon zu beurteilen. Von Minecraft Empire gab es sogar eine zweite Staffel, die... Empire 2 ist gescheitert. Wir haben das Projekt vorzeitig beendet. Oh, vergessen wir das? Ja, das ist... Ja... Ja... Ja, ist scheiße. Baloui hatte gerade Geburtstag, ich hab ihm gratuliert, genau zum 40. Er hatte ein Konzert. Ich war leider krank und hab's nicht geschafft. Ja... Ist hier... Ich könnte jetzt wieder einen riesigen Rant darüber halten, aber ich mach's am Ende des Videos, Chat. Am Ende des Videos gibt's nochmal ein kleines... Also, wenn das durch ist, einen kleinen Realtalk von mir. Hab ich eben noch mit Leuten drüber gesprochen. Gehen wir also einfach weiter zum nächsten Projekt, und zwar Minecraft Titan. Auch cool gewesen. Beziehungsweise Minecraft Legend. Denn Titan war der direkte Nachfolger zu Legend und dieselbe Idee dahinter. So, herzlich willkommen zu Titan, beziehungsweise zu Legend 2. Diese beiden Projekte sind auch relativ schnell erklärt. Es ist Varro, aber mit Mods. Das ist, glaube ich, am einfachsten zu verstehen. Also, kein Disrespect an der Stelle, aber PvP-Projekte können halt jetzt nicht so krass variieren. Aber gerade durch dieses Modpack hat es einen gewissen Charme. Denn ich konnte als Zuschauer nicht jedes einzelne Item kennen. Also, zumindest ging's mir so. Und das hat ihm ganz so ein bisschen Spannung gegeben. Weil die Auswahl an Items, die jeder Spieler haben konnte, deutlich größer war. Der Name Minecraft Titan kommt übrigens auch daher, dass das beste Material im Spiel nicht Diamant, sondern halt Titan ist. Ich persönlich war auch immer ein Riesenfan von Team Basbo, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und ich will hier keinen Krieg anzeigen. Dieses ganze PvP hier ist mir aber ein bisschen zu düster. Holen wir erst etwas Helleres herein, wie Minecraft Shine. Was ist das denn? Das hab ich nicht mitbekommen. Ich schwöre, privat bin ich lustiger. Und so startete im Jahr 2014 das neueste Projekt. Was ist das? Hä? Projekte danach basierte auch dieses auf einer ganzen Menge Mods und Regeln. Ein Dokument mit den Teilnehmern, Regeln und Mods findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. In diesem Projekt waren einige OGs dabei, die meiner Meinung nach auch gerne wieder zurückkommen können. Shoutout geht vor allem raus an Nodob. Ich habe kaum... Boah, den Nodob, den Nodob und Domzeplay immer früh am Teamspeak gehangen. Mein Creator ist so sehr gefeiert wie ihn damals. Nodob auch krankes PvP-Tier gewesen. Lässt sich aber auch nicht wirklich viel zu diesem Projekt meiner Meinung nach sagen. Es war für seine Zeit mega, aber super viel Spannung gibt es halt nicht. Nach ca. 100 Folgen endete das Projekt aber, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Begeben wir uns also nun in die Neuzeit und zu einem Projekt, welches mir ehrlich gesagt völlig entgangen ist. Dabei handelt es sich um ein Projekt, welches bereits mehrere Ableger hat und die Repeater aller Redstoneer höher schalten lässt. Viele haben es wahrscheinlich... Hä? Minecraft... Minecraft... Redstone... Craft? ...schon raus. Es handelt sich um Create Live. Ah! Dieses Projekt basiert, wie der Name selbst, auf dem gleichnamigen Technik-Modpack. Und dieses fügt unfassbar viele und vor allem... Ah, Debitur. ...neue Möglichkeiten zu Minecraft hinzu, um Maschinen und Automatismen zu kreieren. Also ich persönlich sehe mich nicht erst smart genug dafür an, um... Ich sag's euch ehrlich, ich war immer zu dumm dafür. Also, ich war immer zu dumm dafür, diese Modpacks zu spielen, Chad. Ich hab das nicht gerafft. Ich kann das nicht. Ich... Diese ganze Inverter, Repeater... Also, das ist... Freight mein Hirn, Digga. Ich hab ADHS. Ich... Ich will spielen so, nicht... Ansatzweise irgendwas dafür zu... Guck mal, es gibt so Games, wisst ihr? Es gibt so Games. Ich hab das gestern schon mal gesagt. Es gibt halt Games, die sind straightforward, Chad. Es gibt Games, die sind straightforward. Und dann gibt's halt Spiele, die sind irgendwie nicht so... Ein Spiel zum Beispiel, was straightforward ist, was ich halt unbedingt noch spielen möchte. Aber am liebsten mit dir, Marcel, ist das hier. Jeder weiß, worum es da geht in diesem Spiel. Jeder hat eine ungefähre Vorstellung, tatsächlich, was da passiert. Aber hier, Chad, bei dem Game, also hier bei dem... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ne? Hast du gerade Modpack gesagt? Äh, nee, aber for real, also... Ja, I don't get it. Marcel, wir müssen zusammen spielen. Kannst du bitte morgen streamen, Alter? Das wär so wichtig für mich, Mann. Scheiß doch drauf. Zu verstehen. Aber anschauen werd ich mir das definitiv mal. Jetzt aber erstmal kurz ein Thema in eigener Sache. Wo ist Clash? Ich habe einen Zweitkanal erstellt, auf dem ich nicht so strikt mit dem Inhalt bin. Dort hab ich zeitgleich mit diesem Video ein Tierlist-Video für die ganzen Minecraft-Projekte aus diesem und dem alten Video hochgeladen und startet demnächst auch mit einem eigenen Survival-Projekt. Wer es daran Interesse hat, schaut doch gerne mal vorbei. Machen wir. Kommen wir aber nun wieder zu einem... Rudi-Kraft, auch, ja? ...Projekt, dessen Existenz ich schon völlig vergessen habe, und zwar Minecraft-Novos. Oh, sagt mir auch was. Schaut doch an jeden Einzelnen, der mich daran erinnert hat. Das war ein echter Nostalgie-Trip. Die Zeit auf dem Server ist auch hier wieder begrenzt auf 20 Minuten, wie in anderen Projekten wie Hero und Co. In diesem Fall wurden aber sogar die Grundstücke der Spieler vordefiniert. Das Mod-Pack, welches hier verwendet wurde, war eine abgeänderte Version des Bevo-Tag-Pack. Am Spawn befand sich außerdem diese Arena. Die war auch nicht ohne Grund da, sondern hatte einen ganz bestimmten Zweck. Und zwar fand hier nach ca. drei Wochen nach dem Projektstart Lucky Block-Battles statt. Diese besagte Arena... Stimmt, Digga, stimmt. ...war aber irgendwann nicht mehr da. Der Grund war der gute alte Felix aka Dehner. Oh nö, oh nö, the incident again. ...welcher für seine Sprengungen in den Projekten irgendwie bekannt ist. Wirklich viel lässt sich aber auch hier nicht wirklich zu dem Projekt sagen. Ich will nicht jedes Projekt so oberflächlich behandeln, aber wirklich viel gibt es halt einfach nicht bei jedem. Trotzdem war es, wie schon gesagt, ein schöner Nostalgie-Trip und ich hatte echt Spaß daran, einfach mal in die alten Folgen reinzuschauen. Es war einfach eine andere Zeit und die Leute sind miteinander ein bisschen anders umgegangen. Ich vermisse diese Zeit irgendwie. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in dieser Liste ein Skyblock-Projekt fehlt, oder? Also nehmen wir als nächstes Skyfactory an die Reihe. Oh ja, das hat Spaß gemacht. Wenn der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei um das Skyfactory-Mod-Pack und fügt dem herkömmlichen Skyblock einige Modifikationen für Maschinen und Red-Stornen zu. Wirklich viele Teilnehmer hatte das Projekt zwar nicht, aber die Mischung hat es irgendwie wieder unter der Hand gemacht. Die Spieler bestanden aus Anfängern wie Trimax und Red-Stornern wie Spark of Phoenix. Jeder hat also in seiner Geschwindigkeit das Mod-Pack erkundet. Ja. Das war geil, das Projekt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das hat es irgendwie nochmal ein bisschen einzigartig gemacht. Ich würde mich über einen Nachfolger persönlich ziemlich freuen. Ja, alle würden das wollen. So, das wäre voll geil. Aber dann, ich sage ehrlich, Spark ist immer so tryhard. Der ist immer zu gut da drin. Wir sind alle, das ist viel lustiger, wenn man Romatra, mich und Max hat und noch einen dummen. Oder Spark macht sich einfach dumm. Vielleicht kann Spark irgendwie, weiß ich nicht, drei Bonköpfe oder sowas rauchen. Geht ja vielleicht auch. Dann ist der auch dumm wie wir. Dann funktioniert es wieder. Aber wer weiß, wann und ob das jemals kommen wird. Übrigens, ein kleiner Nachtrag zum letzten Video bezüglich Freedom. Ich weiß, das Projekt ist riesig, keine Frage. Aber das Projekt ist auch so ausführlich, dass ich auch niemals in einem dieser Videos darüber ausführlich genug reden könnte, ohne irgendwas zu vergessen. Deswegen rede ich in dieser Projektreihe nur über bestimmte Projekte mit wirklich vielen Teilnehmern. Aber Sky Factory fällt, ich weiß, ein bisschen aus der Reihe. Wenn ihr aber irgendwann mal was zu Freedom sehen wollt, sagt gerne Bescheid. Vielleicht mache ich da mal was. Aber es ist sehr aufwendig, glaubt mir. Last but not least reden wir über ein weiteres Projekt, Minecraft Clash, komm, komm. Und zwar Minecraft Sky Tag aus dem... Amenakon, wie kann man denn Minecraft Clash vermissen? Also vergesst nicht, check das nicht. Ich muss kurz Mike anrufen, mir reicht's jetzt, Digga. Wie, Minecraft Clash ist doch, ist doch... Es hat doch krass performt, oder? Ich werd sauer. Digga, ich hasse Zabek so sehr, ne, wirklich. Im Jahr 2014. Das sind auch wieder zehn Jahre. Was zur Hölle. Bei diesem Projekt handelt es sich mal wieder um ein quasi Skyblock-Projekt, aber mit vorgefertigten Inseln. Wenn ich überlege, dass ich damals 13 Jahre alt war, fühle ich... Oh, da erinnere ich mich, ich war Nachbar von Debitur und hab Steine auf sein Haus immer geworfen. Wow. Da hab ich das erste Mal dieses... Mit diesen Schmelzen und sowas gecheckt. Wisst ihr, was ich meine? Das war das erste Mal da so, äh... Für mich so ein Ding, dass ich dann erst mal gerafft habe, okay, man kann so Sachen schmelzen in diesem Paul-Gym und so, wie das heißt. Das war, das war damals Vibe. Das war, das war cool sogar. Das hat actually Bock gemacht, for real. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Krass. Was mich fast wie in Renten... Beachtet bitte, dass ich absolut keine Ahnung von der Szene rund um Arasui, Chaos Flow und Co. habe und auch nicht über Projekte reden möchte, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Alle Projekte, über die ich hier rede, sind Projekte, mit denen ich auf irgendeine Art und Weise Berührungspunkte hatte oder reinschauen möchte, aber bei diesen Creatoren... Tinkers Construct, ja. Sorry, bin ich nicht so dabei. Zum Ende möchte ich mich erstmal für das geisteskranke Feedback zum letzten Teil machen. Ja, wirklich starke Videoreihe. Was ich als kleinen Creators so eine Masse an Menschen erreichen kann, ist unfassbar. Vielen Dank dafür, das ist nicht selbstverständlich. Ohne Spaß, danke. Sollte ich weitere Projekte vergessen haben, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder lasst doch gerne einfach Kritik oder andere Projektwünsche da. Stark. Kurzer Real Talk zu diesem ganzen Thema. Ich sage euch jetzt eins. Ich habe mich eben noch darüber unterhalten und das ist eine Sache. My God Sex Mod von Tom Schaffel fehlt leider auch. Eine Sache ist mir eben aufgefallen. Ich habe da eben noch mit Management und Mitarbeitern und ein paar Kollegen drüber gesprochen. So Projekte wie heute, also wie es damals gab, können heute gar nicht mehr so krass umgesetzt werden und gemacht werden, weil eine wichtige Sache heutzutage fehlt. Und ihr werdet mich jetzt safe irgendwie als Boomer oder Old abstempeln oder so. Aber es ist so, dass heutzutage die Dynamik zwischen Gruppen und verschiedensten Charakteren, Streamern, Creatern und so weiter und so fort, einfach anders funktioniert, ja. Das heißt, heute ist es so, dass die Leute überhaupt nicht mehr das große Ganze sehen. Also sprich, ey, wie können wir gemeinsam irgendwie was Geiles machen, sondern jeder ist so voll auf seinem eigenen Film, will sein eigenes Ding machen und keiner gibt mehr das Commitment für ein gemeinsames Ding rein. Und wenn es dann manche Leute machen, dann gibt es immer noch Leute, die halt reintrollen, reinscheißen und das Ganze irgendwie kaputt machen, so. Das ist das Ding so, keiner plant zum Beispiel Craft Attack stirbt immer viel zu früh aus dem Grund, weil irgendwer einfach für sich callt, es ist over. Dann joinen Leute diesem, es ist over, call und haben dann selber keinen Bock mehr drauf. Man hat so viel mehr Möglichkeiten, so viel mehr Substanz und Basis so. Es ist irgendwie anders geworden. Chat, guck mal, früher, früher, no joke, war es so, wir sind alle ins YouTube-Haus gezogen und wir haben gesagt, wir ziehen das hier zusammen durch, wir ziehen das hier zusammen groß und wir machen unser Ding. Gemeinsam als Gruppe und so sind wir gemeinsam auch gewachsen, wisst ihr, was ich meine? So sind wir zusammen auch groß geworden. Heutzutage ist es so, okay, ich gehe irgendwo rein, mache irgendwas, grab den Hype und dann mache ich mein eigenes Ding. Was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil das ja auch vielleicht substanziell eventuell klüger sein kann, aber es ist halt einfach nicht mehr so wie früher, so ein enges Ding, man ist nicht mehr so close, es sind nicht mehr so richtige Freundesgruppen am Start, so. Es gibt halt viele Leute, die das noch ganz gut hinbekommen. Da kann ich immer nur Eli, Eli, Willi und Sydney loben und so und Roat, Abo und so die Bubble, die wirklich als Freundesgruppe echt viel zusammenhängen und das auch ein bisschen verkörpern, aber ich tue mir selber mal giga schwer, so mich irgendwo anzuschließen beziehungsweise Anschluss zu finden, weil auch alles immer so voll kurzfristig ist, nicht immer 100% meinen Vibe trifft und so und irgendwie fehlt mir so ein bisschen diese Leichtigkeit von früher, diese geile Dynamik von, wir gehen einfach rein und machen, wisst ihr, was ich meine. Und in der Zeit, in der man dann irgendwie das gemacht hat, hat man ja auch viele neue Leute irgendwie mitgenommen und so auf die Reise und so. Paar sind geblieben, paar sind wieder weg, paar machen andere Dinge und so, aber es gibt nicht mehr so langfristige Dinge, so Creator, Creator-Beziehungen, Content-Friendships, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Digga. Aber zum Beispiel früher, ich konnte früher zehn Leuten schreiben, ey, hast du Bock auf ein Video und keiner hätte Nein gesagt, so. Ne? Aber so, wenn ich jetzt jemanden frage, ja, nee, keine Zeit, will dies, will das machen, ist doch voll okay, ist doch voll fein, so. Aber es fehlt mir so persönlich, so zumindest so eine Gruppe, wieder so ein Spielpartner, weil, guck mal, Rotpilz ist nicht mehr so am Start, Mo ist, Mo ist mäßig von der Bildfläche verschwunden, so. Und, und so. Viele Leute, viele Leute, mit denen ich so voll geil relate, die sind, die sind halt nicht mehr so, so am Start. Und mit den anderen Leuten, da bin ich noch nicht so sehr drin, wisst ihr. Und damals waren die Leute noch hungriger und sowas. Oder Evive zum Beispiel. Digga, ich konnte Evive bis 2021 jeden Tag schreiben, ey, lass ein Video machen, der Mann hat jetzt eine Familie und so, man wird älter und sowas. Aber es ist, es muss ja, es muss ja, es muss ja auch irgendwie passen, so. Heute ist halt alles, heute ist ja auch so viel, ja, keine Ahnung, mehr Stream-Content, weniger YouTube-Content, das finde ich halt auch nicht so. Sage ich ehrlich, ihr wisst, ich fühle YouTube immer noch mehr als Streaming. Ich mache Streaming gerne mittlerweile wieder, aber YouTube ist ja immer mein Main-Game gewesen, so und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber, keine Ahnung, also heute ist es so, jeder geht halt online, grindet seine acht Stunden durch, macht aus den Videos heraus Ausschnitte und lädt sie dann hoch. Ich mache das genauso, ich mache das ja genauso, ich mache ja auch Reakt und Realtalk-Video und so weiter und so fort. Aber, ähm, heute, heute ist es irgendwie ein bisschen anders, keine Ahnung. Es ist so, ja, mal gucken, dies und das und ich gucke halt, was, was, was los ist und ich richte mich so danach, was, was, was gerade funktioniert und gehe irgendwie keine Commitments mehr ein. Das finde ich sehr schade so. Und dementsprechend hat es auch zur Folge, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Videos plane, also wenn ich jetzt große Videos planen möchte, ich sage es euch ehrlich, Chat, ich kann nicht wirklich arbeiten damit. Ich kann nicht planen. Man kann mit Leuten wenig fixe Termine machen. Es gibt wenig Verlässlichkeit in diesem ganzen Game, weil viele Leute einfach dann sehr eigensinnig sind und sagen, ey, ich mache mein eigenes Ding. Was voll fein ist, aber die vergessen immer diese eine Komponente. Ich sehe halt immer so dieses, dieses große Ganze. Checkt ihr? Dieses so, ich will, ich will mehr aus dem machen, was wir gerade haben. Es ist cool, dass man sich gut versteht, aber man kann halt so viel mehr daraus machen. Nicht mal Geld oder Konten, also so oder sowas, sondern es geht mir allein um den Content, um die Vision. Und ich habe das Gefühl, dass diese Vision wenig Leute teilen. So zum Beispiel ein Dave, ein Dave zum Beispiel, der macht seinen Film, ich fühle Daves Videogrind übertrieben. Wir haben ja auf YouTube jetzt nie großartig was zu tun. Privat sind wir ja sehr gut so. Auch schon lange, schon bevor er mit YouTube angefangen hat und so. Es gibt aber wenig Leute, die diese Energy gefühlt bei mir matchen. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber es ist dann für mich manchmal wirklich auch schwer. Und das sage ich euch ehrlich auch. Ich habe halt keinen Bock jetzt hinzugehen, alleine RP zu machen, allein Storygame zu spielen und so. Klar, ich könnte jetzt meinen eigenen Dingen nachgehen so. Aber ich fühle es halt einfach, mit Leuten in einer Dynamik stattzufinden, bei denen man verlässlich Dinge machen kann. Und es ist halt nicht mehr so. Ich mag es, lange Geschichten zu erzählen. Ich mag es, Spannungsbogen aufzubauen und, 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 und. Ja, Malafa, du sagst, es war ein Döner-Game. Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Es ist so, es ist so, ja, es ist einfach so ein bisschen schnelllebiger und es ist so viel, ja, so, so, ach, egal, scheiß drauf, ich jumpe und mache was anderes. Ich sage euch eins, kommst du wieder auf Red River, könnte ich mir sogar irgendwann nochmal vorstellen. Ja, safe. Gigant ist auch gone, so ich vermisse den Typen vor RealMRP. Das war so ein geiles Duo. Ich mag es halt, gerne einen Spielball zu haben, mit dem ich mir die Bälle zuwerfen kann. Wisst ihr, was ich meine, jeder ist so in seinem Game und das checke ich, weil ich denke mir manchmal so, Bro, es sind doch fucking Multiplayer-Games. Wieso machen wir uns so einen Kopf? Wieso hören wir einfach auf? So, weil die Zeiten, die wir gemeinsam verbringen, die sind ja übertrieben geil. So, wie geil war wieder, wie, war, wie geil war wieder Fitner-Craft und so weiter und so fort, ne? Und ich sage es euch ehrlich, ich habe schon drei, vier Mal sogar überlegt, Chad, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abfällig und das will ich so gar nicht sagen, aber ich habe sogar überlegt, ob ich nicht irgendwann mal anfange, keine Ahnung, mir jemanden noch zu suchen aus der Community. Ich will jetzt nicht sagen Sidekick, weil das klingt übertrieben abfällig so, aber ihr checkt, was ich meine, so jemanden, mit dem man verlässlich immer wieder Sachen machen kann, so, ne? Keine Ahnung, deshalb war auch UFO so geil. Es hat sich so gegenseitig befruchtet, es war so ein gemeinsamer Nährboden da. In der Halle hier ist jetzt auch so gewesen, Marius macht jetzt zum Beispiel Musik und sowas. Ist ja auch vollkommen fein, so, ne? Aber es ist für mich immer so, Digga, ich gehe so mit dieser großen Vision da rein und dann, ja, spaltet sich es immer irgendwie so ein bisschen ab, was ich voll schade finde, weil die Person, die ja dann mit on board ist, die würde ja auch voll profitieren. Nicht mal so im finanziellen Sinne, im Reichweite, es geht ja einfach um diesen geilen Content-Grind und der, der fehlt mir so. So, ich finde nichts geiler. Ich sage, wenn du nicht 20 Sekunden vorher fragst, bin ich da, brah. Marcel, ich habe 900 Mal gefragt, immer war was anderes. Aber es ist doch fein, es ist ja okay. Ich suche keine Freunde, ich suche Leute, die diesen Vibe checken, so. Die, die da mit mir matchen, mit denen ich sagen kann, ey, man setzt sich dumm wie früher eine Nacht hin, grindet einfach Ideen und dann geht man hin und macht nice Sachen. Und, Chad, ihr müsst mir glauben so, es ist ja bei mir nicht aus dem finanziellen Interesse. Das ist bei mir schon lange hinten an. Das ist bei mir lange hinten angestellt. Mir geht es einfach nur darum, dass ich Bock habe, krasse Sachen zu machen. Ist todesanlack hier, wenn du abhättest. Ja, Marcel, check, ich check, ich gebe ja auch hier keinem die Schuld oder sowas. Aber diese unbeschwerte Zeit von früher, wo alle Hunger hatten und gesagt haben, ey, Digga, Marcel, weil sie ja zu schätzen, danke dir, wo alle Hunger hatten und gesagt haben, Bro, lass dir zusammen mal einen aufzocken, lass mal zusammen was machen. Ich bin erreichbar, ich bin da. Keine Ahnung, so, das finde ich geil, wie MrBeast, der auch seinen Freundeskreis, die mit einbezieht dafür sein kann. Ja, das fände ich so krass. Ich fände das so cool, so. Ich weiß so, das funktioniert einfach besser für mich. Ich muss mich dann halt mit Leuten umgeben, die genau das auch so ein bisschen, ein bisschen im Kopf haben, wisst ihr? Und das ist halt nicht mehr so wie früher, weil klar, alle sind älter geworden, jeder macht sein Ding und so. Aber es stört mich nicht, sondern es ist so ein bisschen so, diese Leichtigkeit so ein bisschen, dass das Mindset ist so, man will halt dann jeden Tag irgendwie streamen, 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 weil das ist ja eine fixe Quelle und so. Und aus dem Streaming kann man auch YouTube-Content machen, aber dediziert dann was zu machen, ist wieder für viele Leute dann wieder der Film. Ist auch voll süß, wenn Leute sich aus dem Chat hier bewerben, aber man kennt sich ja nicht so. Aber ich habe das schon sehr oft versucht, sage ich euch ehrlich, sage ich euch ganz, ganz ehrlich, ich habe das mit sehr vielen Leuten schon oftmals versucht, so wieder aufzuerleben und so, was Neues zu starten und so, aber es ging irgendwie immer so in die Hose. Das hat sich nie so ergeben. Ganz geil zum Beispiel gewesen der Dreh-Ultra-Talent. Das hat richtig Spaß gemacht mit Sturmwaffeln zusammen. War richtige 10 von 10, wird Baba-Content. Schöne Dynamik, so wie früher. Einfach geil, einfach unbeschwert und nice. Dazu kommt dann noch so, wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, einen Dreh plant oder sowas, kommt am Wochenende, wenn man halt einen Dreh plant irgendwie und dann sagen Leute so spontan ab und das geht man ja auch in ein anderes Commitment darauf ein. Keine Ahnung, man ordert dann Kameras, Kameramann, Licht und weiß ich was, bla 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 und dann sagen Leute auf jeden Fall irgendwann plötzlich ab. Mega scheiße. Deshalb sage ich euch ehrlich, ich habe auch die allerjutsen Sachen so krass gefühlt, weil das genau das wieder gewesen ist. Weil es einfach eine Gruppe gewesen ist von Freunden, von Leuten, die Bock hatten, Dinge umzusetzen. Das ist Content deswegen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, weil man irgendwie gesagt hat, oh jetzt machen wir hier maximale Produktivität. Digga, Produktivitätsweise sind die allerjutsen Ass gewesen. So, so. Und werden es auch wahrscheinlich in Zukunft wieder sein, wenn wir wieder loslegen. Weil da kam ja mit einem Drehtag ein Video bei rum. Klar, die Videos haben krank performt. Hätte sich aber auch keiner denken können, dass die so heimgehen. Haben wir auch nicht mit gerechnet so. Das ist sehr schön, aber vom Ding her ist es natürlich leichter und das will ich nicht abwerten meinen. Einfach den Stream anzuschmeißen. Ach schon, nein. Runter zu zocken. Dann die Gaming-Videos karten zu lassen. Die Reacts karten zu lassen. Ein paar Clips für TikTok und so weiter und so fort. Aber so dieses so, ich setze mich jetzt mal hin. So wie Dave das jetzt macht. Ich bewundere das sehr doll oder ein Tomatolix und gebe mir die Mühe und arbeite eine Woche lang an einem Skript, an einem Video und so weiter und so fort. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Keine Ahnung. Das ist so substanzmäßig finde ich das nochmal ein bisschen krasser irgendwie. Zumindest was das gesamte Content-Piece dann angeht. Weil es dann irgendwie, ja, da steckt natürlich mehr Mühe und mehr Fleiß drin und dementsprechend wird es auch geiler. Also, Hanno hatte auch deinen Spirit. Ja, safe, safe, safe. Aber es muss sich auch irgendwie ergeben, dass es halt irgendwie matcht. Ich bin 31, Bro. Leidenschaft und Gefühl führt irgendwie. Ich würde gar nicht sagen, dass bei den Leuten, die jetzt gerade streamen und sehr groß mit Streaming sind, irgendwie Leidenschaft oder Gefühl, ein Thema ist, was fehlt. Sondern ich würde einfach sagen, dass sich das Game einfach verschoben hat. Und das ist gar nicht wertend gemeint. Sondern einfach so, dass, ja, dass halt die Meta-Streaming ist und Output ist und maximale Präsenz dadurch passiert. Weil ja auch durch Sata Hugo und sowas sind ja auch Streamer erstmal für eine ganz neue Bubble visible geworden für diese ganzen YouTube-Andys, wenn man so sagen möchte. Mittlerweile ist es ja fast schon eins. Das war aber ja nicht immer so, ne. Wisst ihr, also das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, äh, erst so gekommen mit der Zeit so. Ich finde dich irgendwie süß, Henke, ich dich auch. Dankeschön. Aber, ja, so dieses so sich wirklich drauf committen, zu sagen, ey, jetzt geht man hier nochmal wie so mäßig Ufo oder sowas. Das klingt jetzt auch vielleicht so ein bisschen nostalgisch verliebt, aber nochmal so das Ding ein und sagt, ey, wir gehen jetzt hin und machen jetzt hier gemeinsam nochmal, ähm, einfach nur des Contents wegen übrigens einen richtig, einen richtig dicken Ding. Ja, das war schon geil, sag ich euch ehrlich, Chat. Sag ich euch schon, sag ich euch schon wirklich so, wie es ist, ne. Ja, und deshalb, deshalb so ein bisschen, ein bisschen schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, ne. Sieht immer noch kranke Hassler. Sieht ihr einen Basti-Gerge an, der seit Jahren sein Ding durchzieht. Ey, ich will das noch gar nicht, ich will das gar nicht kleinreden. Basti ist ein kranke Hassler. Jeden Tag live, macht den kranksten Gaming-Content und so weiter und so fort. Aber, äh, ja, so, es hat ja, es hat ja einen Grund, dass es halt so Dynamiken nicht mehr gibt. Also, ich würde jetzt gerade dumm sagen, ich wüsste jetzt nicht, welcher Gruppe ich mich jetzt, äh, zugehörig fühlen würde, außerhalb den Jutsen natürlich. Aber wir machen ja auch keinen Content so groß über die aller Jutsen hinweg. Checkt ihr? Also, ich hab jetzt nicht jemanden, wo ich sagen kann, ey, jetzt geh ich hin und mach jede Woche einmal mit der Person dies und das im Stream. Oder sage, ey, wenn ich jetzt ein Video mache, dann kann ich auf die und die Person 110%ig zählen. Gibt es ein paar Leute, so, die immer am Start sind, die auch immer Bock haben, wenn sie Zeit haben. Markkas oder so. Oder mal ein Marcel oder Starbeck so im Stream. Aber, ähm, es ist nicht mehr so eine mäßig eingeschworene Gruppe. So ein, so ein Ding von, wir sind jetzt zusammen am Start und, Digga, mein Mikrofon fickt doch dumm, Digga. Ich kann nicht mehr, Chat. Es tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. Es ist einfach geistkrank. Ja, dieses, dieses Ding von, man, man hat einander so und man weiß, egal, wie, wie der Arsch gerade brennt, man kann immer so aufeinander zurückgreifen, bauen, so, dass, das fehlt so ein bisschen. Ich bin dumm. Deshalb, ich hab, ich hab das Letzte so, ich hab das Letzte so, ich hab das Letzte so gehabt für mich. Da war ich so, ey, ich glaube wirklich und das, 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 das ist gar nicht, das ist gar nicht böse. Die Silhouette, ich hol mir morgen ein neues Trust. Ähm, das ist auch nicht, äh, auch nicht abwertend wieder gegenüber anderen, meinen, anderen so, ne. Ich hab sehr oft versucht, so Dynamiken wieder ans Rollen zu bekommen und so, aber ich bin halt sehr oft an der Zuverlässigkeit der anderen gescheitert, so, ne. Ich bin ein bisschen kranker, ja. Ich hab keine Festestreamer-Kollegen. Ja, glaube ich, kann man so sagen. Also, ich bin halt mit jedem so, so cool und sowas, aber ich bin jetzt halt nicht fix in der und der Bubble so verankert, dass ich sagen könnte, ey, so, lass was machen. Wisst ihr, so, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, früher war Content over, äh, was früher Content over, was totaler Content, ja, ist heute schon fast zu wenig. Ja, genau. Ne, also, es ist auch so, dass sich auch viele Dynamiken einfach halt geändert haben. So, viele Leute sind ja auch einfach nicht mehr da. Viele Leute haben ja auch aufgehört und machen, machen, äh, machen wieder anderen Kram. Ja, ich finde das Wort Zeitkicks so scheiße. Ich würde sagen, so, keine Ahnung, alter Spielpartner oder sowas oder jemand, auf den man einfach bauen kann, ne. Das, das, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht verkehrt, so, so, Partner, sowas halt, ne. Such neue Connections. Das ist das Ding, du musst Newcomer unterstützen, das würde auch neuen Wind reinbringen. Ey, Juli, ich will mich jetzt nicht selber hier so loben und beweihräuchern und sowas, ne. Aber, ja, Marcel, du machst schon. Ich habe, äh, glaube ich, viele Leute auf ihrem Weg irgendwie begleitet und mache das auch mit Herz und Leidenschaft so. Und ich erwarte auch, äh, nie was zurück oder sowas, weil das ist ja ein Geben und Nehmen so, wisst ihr, was ich meine. Aber ich denke mir immer so, es ist so schade, wenn man dann unter seinen Möglichkeiten bleibt, ne. Man ist dann nicht da, man ist dann so bei 20 Prozent von dem, was man gemeinsam hätte aufbauen können, gemeinsam, was man hätte erschaffen können. Aber ich fühle komplett, was du meinst, ich find's so nice, wenn auf Events so große gemeinsame Aktionen passieren und die Szene zusammenrückt. Ja, ja, ja. Aber das ist halt leider viel zu selten so. Ich bin jetzt sehr, ich freue mich sehr auf die Stream-Awards jetzt am Wochenende so. Aber irgendwie das Gefühl ist bei allen Leuten so, die sind alle in ihrem eigenen Grind so hinterher, aus einer, aus einer FOMO heraus, was zu verpassen eventuell, weil sie, weil sie selber vielleicht Angst haben, in die Unrelevanz zu rutschen oder einfach eine Geldsorge. Ich kann's nicht genau bewerten, aber es hat sich auf jeden Fall schon einiges getan. Klar, es ist doch einfach so, ne. Darf man nicht Leuten-Chat leugnen? Es sind einfach auch mehr Leute geworden, ne. Es sind einfach viel, viel, viel mehr Leute geworden mittlerweile und das spürt man natürlich auch, ne. Also die Luxusposition, so wie früher, man ist der einzige Player, das ist ja auch nicht mehr so, ne. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, dass das Streaming-Game so ein bisschen diesen YouTube-Quality-Premium-Content-Grind zumindestens in Deutschland ein bisschen gebremst hat. Weil ich halt bei vielen Leuten wirklich krasses Potenzial gesehen, bei sehr vielen Leuten so, die unfassbar geile Sachen hätten aufstellen können, alleine mit mir, aber die haben sich dann halt für Streaming entschieden und wenn das deren Comfortzone ist, ist das voll fein. Aber ich denke immer so ein bisschen weiter, ne. Ich glaube, du sagst einen wichtigen Punkt, dieses Aktivbleiben gerade mit dem Streaming-Game verhindert gewisserweise, dass man untereinander mehr privat macht, als vielleicht lukrativer ist. Safe! Also ich glaube, weil Twitch, ich merke das ja selber, wenn ich halt nicht lange streame, wenn ich jetzt regelmäßig streame, dann habe ich, dann habe ich meine, meine Constant View, dann habe ich meine Subs und so weiter und so fort. Und ich habe ja den Luxus wirklich, das nicht machen zu müssen, ne. Aber für die Leute, die halt drauf angewiesen sind, verstehe ich das. Weil klar, das ist eine planbare Einnahme. Das ist eine planbare Einnahme mit Subs und die werfen regelmäßig was ab. Und das ist ja ein No-Brainer, das zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, für uns war es ja auch früher so ein Coin-Flip, ne. Also ich bin, ich bin früher hingegangen und habe einfach gesagt, gesagt, ey, so, wenn das jetzt klappt, dann, dann machen wir es. Wir haben ja alles auf eine Karte gesetzt bei YouTube und sowas. Und dann, dann haben wir das halt getryhardet, bis es geklappt hat, so, ne. Ich frage mich immer, dass hier ein krasser Druck ist, wenn man alles so big ist, eine Woche, zwei köllische Konsequenzen haben. Safe auf jeden Fall. Aber davon muss man sich los sagen. Habe ich mittlerweile ja auch so, ne. Also das nimmt mir auf jeden Fall den Druck auch raus und kann mich dann auf andere Sachen fokussieren. Und ich verstehe das auch sehr, sehr gut, weil ich mich ja selber da sehe. Gerade bei den Newcomern, jüngeren Leuten im Game, man ist einfach im Kopf dann, ja, ich muss jetzt hier machen, machen, machen und es geht immer weiter. Ich glaube aber, viele Leute kommen gerade beim Streaming irgendwann an den Cap und könnten eigentlich so viel mehr noch aus sich rausholen, wenn sie das nicht als Hauptgame grinden wollen. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen key. Viele Leute, die ich, mit denen ich auch rede, mit Newcomern und Leuten, die, die ich jetzt gut kenne, die sagen, ich will sein so wie Papa Platte. Und das check ich auch voll. Aber man muss ja auch mal sehen, das ist halt ein Ausnahmephänomen. Das ist ja ein fucking Ausnahmephänomen, was Kevin halt macht, ne. Also, ähm, das ist ja, das ist ja nur ihm vergönnt und einem Eli und vielleicht noch einem Monte und noch einem Trimax, so und dann eventuell noch einem Owner Pixel und, und No Way. Da, da, da kommt nicht mehr viel. Wisst ihr, was ich meine, so? Er will mich auch selber gar nicht mehr zu fragen, ob andere Bock haben, was zu machen. Ich denke, man müsste selber machen und andere denken, ich chillen und mache nichts. Aha. Bro, kenn ich for real, kenn ich for real. Ähm, Heiner Platte ist mittlerweile auch wieder klar. Also, Henke, ich sag dir ehrlich, Bro, äh, bin, bin ich, bin ich, bin ich straight bei dir, bin ich straight bei dir. Ich, ich frag auch, sag ich ehrlich, viele Leute gar nicht mehr, weil ich es auch oft erlebt hab, einfach, entweder gibt's keine Antwort so oder eh eine Absage. Deshalb weiß ich bei vielen Leuten, ich muss gar nicht nachfragen, so. Und bei manchen Leuten ist dann sogar so, kann ich jetzt auch schon sagen, die dann sagen, ja, okay, aber was zahlst du mir denn? Was springt denn dabei raus? Ich mach ja auch Geld damit im Video, so ist ja nicht. So nicht, Zahl, Anreise, Hotel und bla, bla, bla. Aber ich denke mir dann manchmal so, also, keine Ahnung, ist das nicht so ein, du tust mir einen Gefallen, ich tue dir einen Gefallen? Check dir, was ich meine. So, ich weiß nie, ob das ernst gemeint ist, so, aber kein Plan. Das, das ist so, das ist manchmal, denke ich mir so, ein bisschen weird, Champ, so. Hast du einen Tipp bei Streamern, die irgendwann auf dem Capstern nicht weiterkommen? Ja, ich sag ja, also, ich glaube, wenn man halt im Streaming so an einem Cap angekommen ist und sagt, ey, hier ist jetzt meine Comfortzone, finde ich persönlich, ist immer voll wichtig zu sagen, ich nehme mich nochmal kurz raus, guck mir an, bin ich damit wirklich gerade zufrieden oder kann ich sogar noch mehr machen? Also, ich habe diesen Drive in mir. Ich habe das so in mir. Vielleicht ist es bei vielen Leuten nicht mehr so. Vielleicht ist es dann für viele Leute einfach the way, ey, ich gehe daily online und ich will jetzt hier gar nicht über Streamer uprenten, weil ich weiß, was das auch für ein Hassler ist. Ich habe das ja auch sehr lange gemacht so. Aber, ja, ich fühle es halt, ich fühle es halt auch, über den Teller ranzuschauen und sich dann noch mit anderen Themen zu befassen. Nicht mal wegen finanziellen, wegen finanziellen, äh, Gewinnmaximierung oder sowas. Wenn ich wirklich das machen wollen würde, Chat, dann würde ich jetzt einen kompletten Re-Rap machen zu 2020. Zwei Gaming-Videos am Tag auf dem Hauptkanal, äh, zweimal die Woche dicke Streams mit, äh, krass vorbereitenden Events. Alles lassen meine Cutter, alles lassen meine, schneiden meine Cutter. Ich miete mir kein großes Büro, habe nur zwei Mitarbeiter und, ähm, mache dann auch zwischendurch mein Placement, so gut ist. So, aber für mich, sage ich ehrlich, ist das halt nicht erfüllend gewesen. Es hat ja einen Grund, warum ich gesagt habe, ey, ich gehe jetzt den und den Schritt und möchte dies und das machen so, weil man ja irgendwann checkt, okay, ja, Money and All, so, ne, Henkel, du hast mich nicht hängen lassen, alles gut. Warum keine Gaming-Videos mehr auf dem Hauptkanal? Genau das, genau das Ding so. Ich wüsste jetzt halt nicht so, was ich da hochladen soll. Wenn ich dann Sachen geplant habe, wurde spontan abgesagt und dies und das wurde verschoben so, keine Ahnung, das ist das Ding so. Die meisten Streamer wollen nur was mit größeren Streamern machen, aber das ist so dämlich so. Ich check das nicht so. Es ist ja, so, äh, zwei Mitarbeiter, also zwei, die im Schnitt beschäftigt sind, so, der Rest macht ja andere Sachen, ne, so, dass, das ist, äh, schon, es hat sich, es hat sich halt einfach viel, viel geändert. Das klingt nach einer sehr traurigen Welt. Ne, würde ich nicht sagen. Wir sind schon sehr blessed, so, und ich freue mich auch immer wieder auf die Events und alles und die Leute immer wieder zu sehen, aber, ja, es ist, es ist einfach, äh, anders geworden. Die Meta ist einfach mittlerweile eine andere, ne. Ich finde Vlogs hin und wieder, äh, die Vlogs hin und wieder kommen geil. Ich finde cool, dass du, äh, mehr von dir mitzubekommen und immer weniger Gewinnzeit. Plus eins kann ich fühlen. Das ist so das Ding, warum ich halt for real nur noch das mache, worauf ich Lust habe, so. Und wenn ich, wenn ich halt keine Lust mehr auf irgendwas habe, so, und, ähm, dann was nicht fühle, dann, dann, dann lasse ich es halt auch einfach sein, so, weil bringt ja nichts, wenn ich mich da irgendwo reinforciere. Aber umso schlimmer ist es gerade für mich, dass ich diesen kranken Drive habe, diesen geilen Antrieb, so, und die ganze Zeit so Lust habe, was zu machen und nur eigentlich noch nach Leuten suche, die so das ein bisschen matchen. Nicht mal so teamintern, so, das funktioniert, aber halt mit Leuten, mit denen man sowas auf die Beine stellen kann. Ultratalent wird, äh, ein geiles. Auf jeden Fall, Julius, auf jeden Fall. Das wird ein Baba-Video. Das wird crazy. Das wird crazy geil. So, und wir machen auch nochmal extra für euch eine OG-Version. By the way, ich brauche Minecraft-Gameplays. Also, Marcel, wenn du Lust hast, eins zu erspielen, mach gerne, Bruder. Würde ich sehr fühlen, damit wir die OG-Version nochmal auf, ähm, auf dem Gaming-Kanal machen können. Marcel, wenn du mir eins erspielen könntest, ich wäre dir Kuss dankbar. Ähm, darf ich auch wichtiger? Bitte, Bob, on God, bitte. Bitte, bitte, bitte. Macht beide, macht beide. Wir brauchen, wir brauchen Gameplays. Wir brauchen Gameplays. Let's go. Wäre so crazy. Survival-Games oder sowas wäre krass. Wäre krass, wäre krass. Äh, weiß ich noch nicht, Highlander. Ich hab noch so, wie gesagt, ein paar, ein paar Sachen so im, im, im Kopf für dieses Jahr an, an Content-Pieces. Äh, ich bin mir auch sicher, dass ich da safe matchende People für finde, so. Aber, ähm, da kann ich noch nicht, da kann ich noch was, da kann ich noch nicht zu viel zu sagen. Hab immer Bock, was zu starten. Sagt mir jeder Bescheid, äh, Zeitbescheid, du geiles. Danke, Henke. Äh, Henke, äh, Digga, what the fuck, Henke war ich sehr doll zu schätzen. Komme ich auf jeden Fall auch zurück. Es ist, es ist für mich so, wisst ihr, es ist für mich einfach so ein Ding von, ich hab wirklich so viel schon gemacht, ich will einfach nur noch ficken mit dem Content. Ich will einfach nur noch machen, 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 was geil ist und nichts mehr so halb hingerotzt ist. Es hat ja auch einen Grund, warum jetzt, keine Ahnung, Alter, so die letzten, die letzten drei Wochen wieder nichts auf dem Hauptkanal kam und so, weil, ja, weil, weil es halt sich einfach nicht ausging, dass wir ein gutes Content-Peace machen konnten. Ergo hab ich für mich entschlossen, okay, beschlossen so gut, dann kommt halt nichts, wisst ihr, es muss halt gut werden. Es muss halt geil werden. Ich hätt doch, by the way, Bock auf einen sehr geilen Five-Man-Stack-Velo. Würde ich auch fühlen, brauche ich auch People für, ich hab wieder Bock, ein bisschen, äh, nachts, nachts zu grinden, so. So was, da brauchst du halt eine fixe Gruppe für. Äh, vielleicht schließe ich mich auch irgendwo an, kann man mal schauen, so. Aber, ähm, ja, es ist, es ist schon so different geworden. Auf jeden Fall different, not bad, yet different, okay? Kuba Chef, Wieland, äh, du, ich hör mir zu. Würde ich machen, Marcel, straight, auf jeden Fall. Würde ich, wie sieht's mit dem 24-Stunden-Charity-Stream aus? Das ist auch eine Sache, über die ich lange nachgedacht hab, ne? Das Problem ist dabei, ich hab ja schon mal einen gemacht, 2019, 2020, glaub ich, im Bootshaus. Nächste Zeit auflegen. Ich poste es demnächst mal bei Instagram, pinne es einfach an, Mallory, das ist am einfachsten. Bei so Charity-Events, ich kann nicht genau abschätzen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse so, aber, ich kann gar nicht sagen, ob Leute da überhaupt Bock drauf haben. Wisst ihr so, wenn ich jetzt jemanden frage von außerhalb, hat da jemand überhaupt Bock drauf, so? Wisst ihr so, also, ist jemand bereit, da so seine Zeit für zu opfern? So, die Gedanken mach ich mir dann, ne? Weil, es sind ja keine Zuschauer, klar, sind da Viewer im Chat und so, aber wo ist der Mehrwert für die selber, wenn es, ne, so, Neckride, 2016, 15, 17, 17, alles schrieben, der eh noch mit Vornamen ist halt einfach viel mehr geworden, und daher erweitert sich die Bubble auch nicht mehr. Ja, richtig, es ist einfach so stretched, big, keine Ahnung, es ist einfach anders geworden. Wie gesagt, es ist nicht schlechter so, aber halt einfach, einfach ein anderer, ein anderer Vibe, eine andere Meta mittlerweile, einfach, ja, I guess, eine komplett, eine komplett, eine komplett andere, eine komplett andere Nummer so, wisst ihr? Und da, da weiß ich halt nicht, ob das sich jemals wieder gibt, ob da irgendwann nochmal was kommt, oder ob es das halt jetzt war, wisst ihr? So, keine Ahnung, ob man irgendwann wieder dahin zurückkommt, ne? Wer beim Charity-Event an seinen Arsch denkt, liegt da falsch. Keine Ahnung, ne? Weiß ich jetzt auch nicht so. Also, ist safe so, dass ein paar Leute, dass ein paar Leute auf jeden Fall da bestimmt dann sich zweimal überlegen, ob das sinnvoll ist für die oder nicht. Aber, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach, es ist einfach, es ist, glaube ich, also, es wird auf jeden Fall, glaube ich, schwer, schwer, da Leute zu, zu finden. Arnt ihr? Leute, die dann auch, ja, Lust haben, sich da komplett reinzugrinden. So, das ist halt so ein bisschen das Ding. Kann ich, kann ich, wie gesagt, nicht genau sagen, aber ja, all over the place ist es doch schon so, dass ich, dass ich vieles, ja, vieles einfach, vieles einfach gechanged hat so, ne? Multitasking, immer, immer, immer Chat. Deine Stimme geht wieder auf heißer. Meta ist halt, Reichweite zu generieren und nicht mehr geilen Content zu bringen. Schade, wie es ist. Naja, aber geht das nicht irgendwo einher? Wenn ich geilen Content mache, mache ich Reichweite? So ist das nicht, also, wisst ihr, ist das nicht so ein Hand-in-Hand-Ding? Keine Ahnung, keine Ahnung. Also, ich würde schon sagen, dass das schon sehr doll Hand-in-Hand geht, so, ne? Ich glaube, ich glaube, ich suche mir erstmal einen Five-Man, ähm, das ist ein Ola Kalaschhörd. Ich glaube, ich suche mir, ich suche mir mal einen fucking Five-Man-Stack in Velo. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wäre schon mal, das wäre schon mal ganz geil, wenn man, wenn man, äh, wenn man, wenn man da, äh, ein paar fixe Leute für hat, würde ich schon sehr fühlen. Chat, bei mir, ähm, bei mir kracht's. Ich, äh, ich habe überlegt, heute ins RP zu gehen, aber, äh, ich wurde versetzt, äh, aufs Dreckigste wieder, ähm, und jetzt habe ich mich so sehr hier dumm geredet, dass ich so sauer bin und dass es mir schlecht geht. Ich glaube, ich gehe offline, fahre nach Hause. Ich, ähm, ich, äh, ich, ich lege mich hin.